Zum Europatag will ich Europa gratulieren und erinnern, dass es Europa auch außerhalb der EU gibt. Europa, wo dieses Licht ebenfalls brennt, wo diese Ideen, dieses Licht viel bewegen können. Die EU ist ein Projekt von allgemeiner Bedeutung für die ganze Menschheit. Ein Versuch der Menschheit zum besseren Miteinander und gerechteren Miteinander durchzudringen. An einem Virus, egal wie schlimm, darf dieser Versuch doch nicht scheitern.